Herzlich willkommen zur Winterausgabe der Remax News. Schön, dass Sie wieder dabei sind und das ist auch schon unser erstes Thema. Der Kauf einer Immobilie ist einer der bedeutendsten Schritte im Leben der meisten Menschen und somit auch mit jeder Menge Emotionen verbunden. Die emotionalen Aspekte stehen oftmals im Vordergrund, dennoch sollte man die Finanzierung nicht außer Acht lassen. Mehr dazu jetzt. Die erste gemeinsame Wohnung, ein Haus im Grünen mit Platz für die ganze Familie oder ein zentral gelegener Alterswohnsitz. Egal nach welcher Immobilie Sie suchen, die Remax Expertinnen unterstützen Sie gerne dabei. Gemeinsam mit den Immobilienexperten in Ihrer Region legen Sie einen Suchwunsch fest und werden benachrichtigt, sobald eine passende Immobilie verfügbar ist. Wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten, dann kann diese vermutlich nicht ausschließlich durch Eigenmittel finanziert werden. Es wird auch Fremdkapital nötig sein. In der Regel beginnt die Suche nach der Finanzierung bei den Hausbanken. Jedoch kann es aus verschiedenen Gründen und Richtlinien vorkommen, dass Ihnen die Bank den benötigten Krediten nicht gewähren kann. Da sind unabhängige Finanzdienstleister hilfreich. Remax hat solche an der Seite. Mehr dazu unter remax.at slash immobilien slash finanzierung. Wenn man sich Gedanken über die Finanzierung macht, sollte man auch die Nebenkosten bei einer Immobilienanschaffung berücksichtigen. Aber wie viel muss man eigentlich wirklich aufstellen, um gut aufgestellt zu sein? Das erfahren Sie jetzt. Mit dem Erwerb jeder Immobilie muss man vorerst einmal von Rechts wegen mit Nebenkosten rechnen, die sich unmittelbar vom Kaufpreis ableiten. Diese Nebenkosten sind die Grunderwerbssteuer in der Höhe von 3,5 Prozent des Kaufpreises und die Eintragungsgebühr ins Grundbuch mit 1,1 Prozent des Kaufpreises. Die Kosten für Rechtsanwälte und Notare bewegen sich in einer Bandbreite von bis zu 3 Prozent des Kaufpreises. Wenn Sie auch bei der maßgeschneiderten und nicht so einfachen Immobiliensuche auf professionelle und sichere Unterstützung vertrauen, dann ist bei erfolgreicher Dienstleistung des Immobilienmaklers eine Honorarnote zu leisten, welche sich in einer Größenordnung von maximal 3 Prozent des Kaufpreises bewegt. Nebenkosten entstehen auch bei der Finanzierung der Immobilie per se. Die Banken bzw. Kreditvermittler verlangen in der Regel eine Bearbeitungsgebühr zwischen 2 und 3 Prozent des Kreditbetrags. Wenn die Bank als Sicherheit eine Pfandurkunde auf die Immobilie in das Grundbuch einträgt, dann kommt für die grundbücherliche Besicherung eine Gebühr von 1,2 Prozent des Kreditbetrages zu tragen. Mehr dazu unter remax.at. Remax, der Marktführer, Innovationsleader und Taktgeber einer gesamten Branche, bietet Menschen die Möglichkeit zum Local Hero der Immobilienvermittlung zu werden. Rund 80 Prozent der Remax-Makler sind Quereinsteiger. Die eigene Remax-Akademie, ein ausgefeiltes Onboarding-Programm und die intensive Unterstützung vor Ort machen es möglich. Mehr über die Karrierechancen bei Remax erfahren Sie jetzt. Ob die fortschreitende Digitalisierung bei Angebot und Nachfrage oder internationale Trends in der Vermarktung. Mit Remax als Partner haben Sie das leistungsfähigste Netzwerk an Ihrer Seite und nützen das umfassende Know-how und das Vertriebspotenzial aktiv zum Vorteil Ihrer Kundinnen und Kunden. Egal ob Sie Erfahrung mit Immobilien haben oder quer einsteigen, starten Sie eine erfolgreiche Zukunft in der Immobilienbranche. Nutzen Sie die enormen Möglichkeiten des gelebten Netzwerkes sowie der Aus- und Weiterbildung, um zu den Top-Immobilienmaklern oder Franchisenehmern in Österreich zu gehören. Übrigens, in kaum einer anderen Branche steckt ein solches Wachstumspotenzial. Machen Sie den ersten Schritt und lassen Sie Ihre Träume real werden. Mehr dazu unter remax.at slash karriere. Das waren Sie, die neuesten Informationen über die aktuellen Ereignisse am Immobilienmarkt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Ausgabe im neuen Jahr wieder zu begrüßen. Wünsche Ihnen bis dahin schöne Feiertage, frohe Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.